wir haben bei Aki geguckt jawohl, genau die hat es auch gegessen gespielt die Aki, genau ist richtig Josh, haut sich jetzt auch mal ins Bettchen, danke fürs mitspielen lassen und bis demnächst Josh gute Nacht Josh, tschüss und danke, dass du auf Platz gemacht hast, bist dein Schatz dickes Herzchen, Tschüss Gott-Child Oh ich bin klein, ich bin klein, ich bin klein, ich bin klein, ich bin klein ich bin klein, ich bin klein, ich bin klein guck mal, ich bin klein, ich bin klein, ich bin baby Mami ich hilf bei D-Tasks mit ich bin ganz erwachsen, ich bin ganz klein, ich bin ganz groß ich bin ganz groß ich bin 1 alt ich kann da schon alleine ganz allein ich bin schon 2 geworden ich kündige ja nix oh, ich bin ein Baby okay meine Loverfreundin ist gestorben und ich habe die Leiche gefunden äh, jetzt ist ich im Schauer habe ich die Tür aufgemacht Phil war hinter mir, Julia war hinter mir Chanel war auch etwa hinter mir aber sie ist weiter nach Launch gelaufen wenn ich mich genau, da kam er entgegen ich habe ganz alleine einen Task gemacht Zwergi kam von unten ich habe eine kleine Figur jedenfalls gesehen und sehe gerade Zwergi, es ist gerade 4 also ist es Zwergi ich habe ganz alleine einen Task gemacht ich kann das schon ganz alleine ich bin 4 also der ist gerade im Schauer nach oben Papa, schau mal also von Red kann ich die Geschichte insoweit bestätigen dass er, Phil und Julia in die Richtung weggelaufen sind vom Reaktor Alarm okay und wir haben wahrscheinlich und wir haben anscheinend einen Eraser, glaube ich oder einer, der die Rollen klauen kann weil ich war mit ihr ein Lover okay, ja wo hast du jetzt die Leiche gefunden? direkt am Schauer genau, oben am Schauer bei den Handtüchern genau, ich war im Papa Electrical und hatte während des Alarms noch eine Aufgabe zu Ende gemacht und als ich hochgelaufen war standen die beiden an der Tür und als die Tür aufging ging der Alarm auch direkt an ja also ich kann nicht sagen, wie alt der Kill ist das nützt uns aber nicht viel weil der Kill ist 26 Sekunden alt so müsste ich jetzt erwachsen während des Meetings also das ist vor Ewigkeiten weil ich stand nämlich schlicht und habe gesehen, dass es passiert ist habe gezählt und bin bis 46, bei 20 angefangen okay, also Andi habe ich noch gesehen auf der linken Seite beim Code eingeben und bin halt mit dem Gap-Mobil rüber gefahren wo ich dann halt Red, Phil und Julia gesehen habe ja, das habe ich auch gesehen und ich habe rechts den Code eingegeben und glaube, Julia stand hinter mir und hat mich beobachtet rechts? ne, unten die Leiter, das waren wir beide okay, dann war es du das 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 Julia kam bei Rekord zu uns dazu genau, ich bin über Electrical, über Cargo Bay, über Lounge zu euch oder was? ich glaube wir haben mehr ich glaube wir haben mehr vor wie lange noch Oh, jetzt bin ich schon fast, jetzt kann ich schon welche in die Welt der Pokémon aufbrechen. Ich bin schon groß geworden. Hoffentlich hilft mir das jetzt noch irgendwas, das Team Imposter im Jahr am Rennen und der mich noch nicht töten kann, wenn ich noch nicht 18 bin. 10 bin ich jetzt, sollte ich jetzt hier mal meine Tasks machen. Kann ich ganz in Ruhe meine Tasks machen, braucht nichts zu befürchten, aber nicht mehr lange. Es wird schon 11. Dauert nicht immer lange dann. So würde ich langsam das weiter suchen. Kann ich schon einsortieren, das kann ich jetzt noch machen. Mit Tasks habe ich sonst Angst, dass mich hier, dass mich jemand killt. Ich habe noch einen Donuts-Task. Ui. Ui. Oh. Ähm. Ja. Jetzt bin ich hier in der Praxis. Wo liegt denn die Leiche? Also Julia hat sich gerade an mir erschossen, keine Ahnung. Und wo rot liegt. Julia hat sich an dir erschossen? Oha. Alles klar, dann ist ja wohl eindeutig. Also gehe ich stark von aus, es sei denn du sagst, Julia ist Lava und ist deswegen neben mir umgefallen. Warte mal. Das Ding ist, neben Thomas lief da auch noch Chanel gerade oben rum. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Chanel, keine Ahnung wo die war, aber... Ja. Bin ich. Weil war ja... Alarm. Ja. Chanel, Thoram, äh, Julia und Phil. Thomas. Thomas waren alle beim rechten Ding, beziehungsweise da in der Nähe. That's right. Julia kam später dazu, nach dem Alarm. Genau. Weil Julia und ich sind aus Richtung Medical vermutlich hoch. Ich habe Julia irgendwo unterwegs verloren. Ich bin rüber, da kam mir Thomas und Chanel, bin ich der Meinung, entgegen. Ich bin zurück, dann kam Julia. Ich bin nach unten gelaufen. Das stimmt. Und die drei waren, glaube ich, in Records alleine. Wie gesagt, Julia hat auf mich geschossen, also... Ja genau, also die sind auch alle von Records nach unten gelaufen. Also Chanel ist nach links gelaufen wieder. Julia ist auf einmal nach unten gelaufen, an Records vorbei und sie ist kaum aus der Kamera raus gewesen und da kam der Report. Fuck. Also, ich skippe einfach. Ich weiß halt nur noch nicht, warum sie geschossen hat. Hm. Ich muss sie abhauen. Weil, es bleiben da sehen nur zwei Optionen übrigens. Dass es nämlich ein Selbstwert von Thomas ist. Ja. Ähm. Oder dass Julia Detektiv war, oder Sheriff war und geschossen hat. Und ich wüsste nicht, warum sie das getan hat, ehrlich gesagt. Ja, aber es kommt auf keiner, dass das Sheriff ist. Ja, aber es ist doch nicht sicher, dass ein Sheriff da ist. Ich gebe die. Jetzt hau ab, Zwergi. Hau ab. Jetzt 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 hau ab. Hier natürlich. Lass mich raus hier. Lass mich rein hier. Ja. Dann die kick mich noch. Uff. Noch nicht mehr einen Börger davon fertig machen. Tja, ich hab die Astrunde jetzt schon jähriger überlebt. Thomas, du findest gleich neuer Echter. Wait, 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 wait. Ja, aber die war einfach nur schneller reported als ich. Ja. Gleich war in den Kameras einfach zu sehen. Ja. Ja, aber ich hab Phil gesehen in den Kameras und nicht Thomas. Wieso reported Thomas? Tja. Das ist jetzt komisch. Du weißt auch keiner. Also es war eindeutig Phil Skin in der Kamera zu sehen. Vielleicht ist Thomas Hopper. Du meinst Morphling. Morphling. Also ich hab in den Camps Andi und Chanel im Engine Room weglaufen sehen. Da war Liz noch am Leben. Ich hab einmal durchgeschaltet. Du warst der, der an den Kameras stand, ja? Ja. Und du hast nicht gesehen, dass ich erst hinter dir an den Kameras stand? Ich war auf dem Bild mit der Leiche. Und Phil kam an. Ja, aber du siehst ja, dass ich reportet habe. Ist ja jetzt albern. Ja, Morphling? Ich kann euch sagen, ist... Ja... Also ich denke eher, du bist der Zweite, ähm, wenn du sagst, du siehst Filter in den Kameras, keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, ist ne helle Farbe, die gekillt hat. Also ich würd eher auf Morphling tippen und das ist Thomas Schwab. Ja. Und hätten safe getwortet, ja? Ganz ehrlich, ich bin Medic. Ja, und ich bin der, der sagen kann, es ist ne helle Farbe. Tja. Was natürlich immer noch für Phil sprechen können. Ja, Phil ist ne helle Farbe, wenn, wenn irgendjemand dann Phil... Und die ist auch ne helle Farbe, oder nicht? Chanel ist auch ne helle Farbe. Ja. Was ist denn alles ne helle Farbe? Ich auf keinen Fall, und Thomas auch nicht. Also Fakt ist, wir müssen abstimmen. Ja. Tja. Zwergi war Child, gell? Das hat halt nie... Ich war Child, aber ich bin 18 gewonnen, in der letzten Runde. Naja. Ja. Was soll ich denn voten? Das ist... Ja. Hat halt echt denn jetzt damit zu tun? Du bist zufällig ne helle Farbe, und ich glaub nicht, dass Thoram auf Phil... Auf Phil war das. Das ist jetzt eh vorbei. Oh. Ich lebe noch. Downloads-Task. Könnte tödlich sein. Hmm. Ich hab da doch den Imposter gesehen, der wollte doch, der wollte was von mir. Nö. Komm, es muss ich hin. Oha, scheiße. Ich hab den Wänden gesehen. Abhauen, 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 abhauen. Alter Schweder. Alter Schweder. Ich hab Phil noch Wänden gesehen und dann bin ich... Ich hab nicht gewendet. Nein. Ich hab gewartet tatsächlich. Und dann bist du mir hinterher gerannt. Du bist... Ich hab Phil... Ich hab dich in den linken Wänden gesehen. Was mich verwirrt hat, war, ich hab Phil in den Camps gesehen und Thomas reported. Das war ja knapp. Er ist mir fast gekillt. Thomas und Phil haben Farben getauscht. Wie kann man eigentlich... Das war ja... Ähm... Hier. Beide Lover die ist off. Ihr habt, äh... Ihr habt es ausgemacht, dass Lover nicht zusammen sterben. Das ist schlecht. Das macht jetzt auch Sinn. Dann mach das mal an, Liz. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich es gelesen und... Ja genau. Und wir wundern uns hier. Und davor war das genauso, dass Andy ja auch wieder den einen gekillt hat und der andere ist nicht gestorben und ich dachte, du könnt zweimal hinterher Racer sein. Aber Leute... Leute, ich bin raus. Und dann auch noch glücklich erwischen. Ich bin raus. Hat Spaß gemacht, aber ich muss dann... Ich muss morgen um neun raus. Ich will dann noch ein bisschen was machen. Jawoll. Noch ein bisschen. Juuu. Hau rein, Zwergi. Danke fürs Spiel. Tschö. 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 Schö. Förstatt begin Und Sie. Tschö.